Antiquarische Bücher sind die Leidenschaft von mir seit ich 16 bin. Ich suche Bücher von Künstlern, die mich verwandt fühlen, die mich interessieren. Das ist eine Brücke in die Vergangenheit und hier auf dem Platz ist der Ueli das beste Antiquariat. Er weiss, was ich suche, ich finde es bei ihm. Ich mache Tierprojektionen, das heisst, ich nehme ein Tierrähmchen, bespreche sie mit Farbe, dann kratze ich auf die original kleine Grösse und das ist sehr überraschend für mich, wenn ich das auf eine grosse Fläche projizieren kann. Das andere, was mich fasziniert, ist, wenn ich die Arbeit, die sehr zweidimensional ausgerichtet ist, auf den Körper projiziere und dann eine Dreidimensionalität entsteht, die ich nicht vorausdenken kann. Martin und Urban haben mich kennengelernt, weil sie bei uns zuhause ein Haus restauriert haben und herausgefunden, alle machen Musik. Ich komme von der Oper her, sie von der Volksmusik und habe dann das ausprobiert und haben gesehen, das klappt gut, es ist schöner als mit Kaffee. Ich gehe von der Kaffee. Ich gehe von der Kaffee. Ich gehe von der Kaffee. 3. Untertitelung des ZDF, 2020